Welche Materialien untersucht CRB auf Asbest? Von Asphalt, Mörtel und Estrich über Faserzement, Fensterkit oder Filz bis hin zu Gesteinspulver, Staub oder Gips. Sie können bei uns verschiedenste Materialien zur Untersuchung auf Asbest einsenden. Wenn Sie eine Analyse beauftragen möchten, können Sie das zu testende Material einfach in der Materialsuche in unserem Onlineshop auswählen. Tragen Sie im Feld Probenbezeichnung die korrekte Benennung Ihres Materials ein, beispielsweise Putz, Wohnzimmer. Wählen Sie nun die gewünschte Bearbeitungszeit aus. Je nachdem, wie schnell Sie die Prüfergebnisse benötigen, können Sie sich beispielsweise für eine Standard- oder Expressanalyse entscheiden. Wenn Sie alle gewünschten Analysen zum Warenkorb hinzugefügt haben, schließen Sie den Bestellvorgang ab, indem Sie Ihre Adressdaten und Zahlungsinformationen eingeben. Den Link zu unserem Shop samt Materialsuche finden Sie in der Infobox des Videos. Für Geschäftskunden haben wir ein separates Formular, über das Firmen auch Analysen größerer Probenmengen mit nur wenigen Klicks beauftragen können. Auch den Link zum Geschäftskundenshop haben wir in der Infobox für Sie hinterlegt. Mehr Informationen zur Probennahme und zum Versand finden Sie auf unserer Homepage www.cab-gmbh.com www.cab-gmbh.com